Musik Als Winston Churchill im Mai 1945 auf dem Balkon des Buckingham Palastes erschien, hatte er gerade Großbritannien erfolgreich durch den größten Krieg der Geschichte geführt. Aber es gab Zeiten, in denen der Sieg mehr als gefährdet war. Während der Schlacht im Atlantik, als die deutsche U-Boot-Offensive drohte, die Lebensader der Nation zu zerstören. Schon wenig später wurde ein feindliches U-Boot die Thämse heraufgeschleppt. Für die Einwohner war es Sinnbild einer Epoche, in der die Nation zweimal innerhalb einer Generation fast besiegt worden wäre. Es war der Wunsch von Wilhelm II., die deutsche Marine zu einer mächtigen Flotte aufzurüsten. Er wollte in der Lage sein, Großbritannien als weltgrößte Seemacht herauszufordern. Dies war eine der bedeutendsten Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahre 1914. Admiral von Tirpitz war der Architekt dieser Hochseeflotte, die zur Aufgabe hatte, potenzielle Feinde davon abzuhalten, einen Krieg zu beginnen. Die enorme Aufrüstung der deutschen Marine in den Jahren 1914 wurde von Großbritannien als Einmischung in die eigenen Interessen gesehen. Speziell das Schlachtschiff der Königsklasse, welches hier 1912 vom Stapel läuft, war nur für Operationen in der Nordsee vorgesehen. Die Investitionen in die Unterseeflotte waren jedoch nicht sehr groß. Als der Krieg 1914 ausbrach, besaß Deutschland nur 29 U-Boote. Das waren weniger, als die französische oder britische Armee zur Verfügung hatten. Die Marineführung hielt nicht viel von der neuen U-Boot-Waffe. Erst im Laufe des Krieges wurde sie zur Hauptwaffe der Marine entwickelt. Die U-Boote wurden zu Anfang des Krieges nur als Hilfskräfte der Hochseeflotte angesehen. Die ersten Unternehmungen deutscher U-Boote waren nur auf den Patrouillendienst beschränkt. Es ist schon fast Ironie, wie ein Film aus dieser Zeit die Besatzung eines U-Bootes als Helden feierte. Kapitänleutnant Otto Wellingen wurde als glorreicher Anführer der Flotte dargestellt. Dieser Film sollte im Jahre 1914 das Leben auf einem U-Boot nachstellen und damit die Bevölkerung begeistern. Er wurde in ganz Deutschland in den Kinos gezeigt und hatte Parallelen zu den grauen Wölfen, die unter Admiral Dönitz später eine strategisch wichtige Rolle im Verlauf des Zweiten Weltkrieges spielten. Als der Krieg im August 1914 ausbrach, unternahmen zehn U-Boote Einsätze zur Fernaufklärung gegen englische Unterwasserstreitkräfte. Sogar bis nach Norwegen führte die Route, welche die bis dahin weiteste Distanz darstellte. Wellingen fuhr mit U-9, einem kleinen U-Boot, das im Jahre 1910 gebaut wurde, mit neun anderen U-Booten in die Nordsee. Sein Boot versagte jedoch bereits nach zwei Tagen. Ein anderes, U-15, wurde vom Kreuzer SMS Birmingham gerammt und sank. Als die Überlebenden zurück zum Hafen kamen, hieß es, dass U-13 auch als verloren gemeldet wurde. Auch wenn die Mission als fehlgeschlagen angesehen wurde, stellen die Engländer fest, dass die Deutschen viel weiter von der Küste entfernt operieren konnten als vermutet. Durch die Kollision mit U-15 kam man aber zu der Erkenntnis, dass die deutschen U-Boote die englischen Kriegsschiffe nicht wesentlich beschädigen konnten. Wellingen wollte nach dieser Enttäuschung schon wenige Wochen später wieder in See stechen. Am 22. September bemerkte er auf einer Fahrt den Rauch von drei Kriegsschiffen. Er identifizierte sie als drei 12.000 Tonnen schwere und bewaffnete britische Kreuzer. Am 22. September 1914 gelang es MU-9 die Versenkung der drei englischen Panzerkreuzer Aberkirk, Cressy und Hoag und damit der Beweis der Einsatzfähigkeit und Schlagkraft der jungen U-Boot-Waffe. Nur wenige der 1100 Besatzungsmitglieder überlebten den Untergang ihrer Schiffe. Auch andere Kapitäne wurden später von der Presse erwähnt. Max Valentino als Kommandant der U-38 als erfolgreicher Angreifer, Arno de la Pierre mit der höchsten Trefferquote des Krieges. Nach der Schlacht am Skagerak im Jahre 1916, als es nicht gelang, die britische Hochseeflotte entscheidend zu schlagen, dachte man in Deutschland über neue Strategien nach. Wenn man die Handelsschifffahrt nach England zerschlägt und so die Überlebensfähigkeit des Landes beeinträchtigt, wäre man hier wieder im Vorteil gegenüber dem Feind. Also waren die deutschen U-Boote in den kommenden zwei Jahren auf der Jagd nach Schiffen, die Waren nach England transportierten. Die Verluste waren phänomenal. In den ersten vier Monaten des Jahres 1917 versanken nahezu 250.000 Tonnen Material. Die Zahl stieg auf 1,5 Millionen Tonnen in den nächsten vier Monaten. Diese Zahlen trafen die Briten sehr hart. Die Schiffbauindustrie konnte die Verluste nicht mehr auffangen. Fast alle Handelsschiffe fuhren damals ohne Geleit. Erst in den letzten vier Monaten des Jahres 1917 wurde ein Geleitsystem installiert und die Anzahl der Verluste von Handelsschiffen reduzierte sich. Die U-Boote mussten sich erst dem Geleitschutz nähern, um an ihre Ziele zu gelangen. Durch diesen Umstand verloren die Deutschen 150 U-Boote und ihre Besatzungen. Eine Anzahl, die nicht ausgeglichen werden konnte. Nachdem die Schiffsrouten durch die Geleitsysteme durch den Atlantik sicherer wurden, erhöhte sich die Zahl der amerikanischen Truppen und deren Versorgung. Bis zum Juni 1918 konnte dieses System die Schlacht mit den U-Booten für sich entscheiden. Mit dem Scheitern dieser Operationen hatte Deutschland praktisch den Krieg verloren, obwohl die Kämpfe noch bis November andauerten. Der Preis für die Verteidigung des Atlantiks war jedoch sehr hoch und die Deutschen hätten fast ihr Ziel, England durch Aushungern zur Aufgabe zu zwingen, erreicht. Am 11. November 1918 wurde die deutsche Marine im Zuge der Kapitulation dazu gezwungen, in Kiel 176 U-Boote an die Alliierten zu übergeben. Bis zum 1. Dezember trafen 122 davon in Harriage ein, um sie unter den Siegermächten aufzuteilen. Einige wurden verschrottet und andere verrichteten ihre Dienste nun unter den Flaggen der ehemaligen Feinde. Obwohl Deutschland eine militärische Aufrüstung durch die Verträge von Versailles verboten war, fand man doch Mittel und Wege, diese Auflagen zu umgehen. Im Jahre 1922 wurde eine getarnte Firma in Holland gegründet, die U-Boote für ausländische Regierungen bauen sollte. 1927 hatte man eine geheime U-Boot-Entwicklungseinheit und um 1930 war man in der Lage, eine Untersee-Armee aufzubauen, wenn es die politische Lage verlangen würde. Und das war soweit, als Hitler 1933 Reichskanzler wurde. Admiral Erich Räder stand beratend zur Seite mit dem Ziel, eine schlagkräftige Marine aufzubauen. Er selbst sagte später, dass Hitler nicht sicher war, ob eine solche Aufrüstung nicht eine Gefahr darstellen könnte. Hitler wollte zu dieser Zeit einen Konflikt mit England vermeiden und bot eine Vereinbarung an. Man einigte sich darauf, dass die britische und die deutsche Überwasserflotte ein starkes Verhältnis von 100 zu 35 besitzen sollte und Deutschland auch dann an dieser Vereinbarung gebunden wäre, wenn dritte Mächte aufs See aufrüsten würden. Hitler bezeichnete den Vertragsabschluss vom 18. Juni 1935 als den glücklichsten Tag seines Lebens. Schließlich hatte er damit von einer der Siegermächte des Ersten Weltkrieges die Zustimmung für eine Aufrüstung erhalten, die weit über die vom Versailler Vertrag vorgesehenen Rüstungsbestränkungen hinausgingen. Räder bereitete die Anbahnung des deutsch-britischen Flottenabkommens ab 1934 mit gemischten Gefühlen vor, denn das letztendlich vereinbarte Verhältnis von 35 zu 100 zur britischen Flotte hielt er für zu niedrig angesetzt. Da das Abkommen aber endlich den langersehnten Bau von Großkampfschiffen gestattete, gab Räder sich zunächst mit den Umständen zufrieden und forcierte den Bau des ersten Schlachtschiffes und des ersten Flugzeugträgers. Im Jahre 1939 präsentierte Räder den Plan Z. Dieser Plan sah vier Schlachtschiffe, vier Flugzeugträger, vier Kampfschiffe, fünf schwere Kreuzer, 68 Zerstörer und 249 U-Boote zur Fertigstellung bis spätestens 1948 vor. Räder war sicher, dass mit einer solchen Seemacht England und vielleicht sogar Amerika besiegt werden könnte. Elf Tage nach dieser Vereinbarung wurde das erste U-Boot seit 1918 in Kiel zu Wasser gelassen. Dönitz präsentierte sich als eigensinniger und unbelehrbarer Herr über die U-Boote. In den Jahren vor dem Krieg formte er die junge Flotte zu einer hocheffizienten Kampfeinheit. Die Manöver lieferten ihm die Idee zu speziellen Strategien. Die erste war, wie schon im Ersten Weltkrieg, die Versorgungslinie Englands durch das Versenken von Handelsschiffen zu zerstören, um England zur Aufgabe zu zwingen. Als zweites waren mehrere U-Boote im Konvoi geplant, um bei Verlust eines Bootes weiter handlungsfähig zu bleiben. Als ab Mitte Oktober 30 U-Boote in den Atlantik und die Nordsee entsandt wurden, sahen weder Räder noch Dönitz diese Tatsache als Grund für einen neuen Konflikt. Sie glaubten nicht daran, dass England schon 1939 in einen Krieg ziehen würde. Die Eröffnungssalven für den Krieg gegen Polen wurden von einem der ältesten Kriegsschöffe der deutschen Marine abgefeuert. Als eines von drei Kriegsschiffen, die vor Polen Seeseite lagen, war es die Schleswig-Holstein, die sehr aufwendig restauriert worden war. Sie wurde bereits im Jahre 1906 gebaut. Als die mobilen Einheiten der Wehrmacht unter dem Schutz der neuen Luftwaffe in Polen einmarschierten, ließen die politischen Konsequenzen nicht lange auf sich warten. Am 3. September 1939 erklärte England den Krieg gegen Deutschland. Der geschockte Admiral Räder hatte nicht an einen Krieg vor dem Jahre 1944 geglaubt, in der Überzeugung bis dahin über eine weit größere Schiffsflotte zu verfügen. Auch der erstaunte Dönitz verkündete, wir haben heutzutage Waffen und eine Führung, die es mit diesem Feind aufnehmen kann. Der Krieg wird eine lange Zeit dauern, aber wenn jeder seine Pflicht erfüllt, werden wir gewinnen. Als die Nachricht vom Ausbruch dieser Feindlichkeiten aus dem Radio kamen, hatte Dönitz 18 U-Boote vom Typ 7 und 9 im Atlantik stationiert. Diese waren von der Nordwestküste Irlands bis zu den Azoren verteilt. Alle hielten sich bis dahin an eine Abmachung namens Priced Rules, die es untersagte, Schiffe anzugreifen. Die Reaktion des Kapitäns der U-30 zeigte, dass sich Deutschland darüber hinwegsetzen würde, obwohl gerade ein neuer Krieg begann. Leutnant Fritz Lemp, der ein U-Boot vom Typ 7 kommandierte, patrouillierte in einem Gebiet ca. 200 km nordwestlich von Irland, als er am Abend des 3. September 1939 ein Schiff im auffälligen Zickzackkurs abseits der normalen Roten fahren sah. Lemp war in der Annahme, dass es ein bewaffnetes Handelsschiff war und feuerte um 21 Uhr Torpedos und alle trafen. Sein Opfer war allerdings ein Linienschiff mit dem Namen Athenia. Sie war in Liverpool ausgelaufen und hatte 1100 Passagiere an Bord, von denen 112 umkamen, davon 28 Amerikaner. Die Engländer gingen davon aus, dass die deutschen U-Boote das Abkommen gebrochen hatten und ab diesem Zeitpunkt zu uneingeschränkten Kriegshandlungen übergehen würden. Die Gelegenheit, die HMS Courageous zu versenken, löste in Göppels Propagandaministerium große Begeisterung aus. Der Flugzeugträger wurde am 17. September 1939 um 19.50 Uhr vom deutschen U-Boot U-29 mit zwei Torpedos getroffen und sank nach 17 Minuten. Es überlebten 741 Mann, während die restlichen 518-Mann-Besatzung ihr Leben ließen. Dönitz sah diesen Abschuss als großen Erfolg an und war der Meinung, dass die britische U-Boot-Überwachung nicht so effektiv war wie angenommen. Das U-Boot sollte noch weitere 16 Schiffe versenken, bis Schuarte am 16. Mai 1940 das Eiserne Kreuz verliehen wurde. Als Hitler am 28. September ein U-Boot-Hauptquartier in Wilhelmshaven besuchte, war die Einheit von den vielen Erfolgen voller Selbstbewusstsein ob ihrer glorreichen Taten. Dönitz war froh, dass Hitler die jungen Soldaten traf und auch mit ihnen sprach. Die Begeisterung des Führers für die U-Boot-Einheiten verhalf Dönitz dazu, sein Ansehnen nach der Aufstockung der Flotte auf 300 U-Boote vorzutragen. Er war sich absolut sicher, dass man England mit dieser Anzahl besiegen würde. Während seiner Zeit als Wachoffizier oder Kommandant auf U-Booten, erkannte er, dass der deutsche U-Boot-Krieg gegen die englische Seemacht am Geleitzugssystem gescheitert war. Er beschäftigte sich nach seiner Entlassung aus englischer Gefangenschaft 1919 daher theoretisch mit den militärischen Möglichkeiten von U-Booten. Zur Organisation des Aufbaus wurde der überzeugte Nationalsozialist Dönitz am 22. September 1935 Befehlshaber der U-Boot-Flottilie und wurde am 1. Oktober 1935 zum Kapitän zur See befördert. Auf der Suche nach einem geeigneten U-Boot-Kommandeur, um diesem seine Pläne anzuvertrauen, setzte er auf Kapitänleutnant Günther Prien. Dönitz glaubte, dass er alle Voraussetzungen hatte, die er benötigte. Unerkannt drang U-47 in der Nacht auf den 14. Oktober 1939 in den stark gesicherten und als uneinnehmbar geltenden Hafen der britischen Home Fleet Skepper Flow ein. Er entdeckte das Schlachtschiff HMS Royal Oak. Es erhielt drei Torpedotreffer und sank innerhalb weniger Minuten. Über 800 britische Seeleute und Admiral Brackgrove starben. Mit Mühe gelang es Prien, sein Boot wieder heil aus Skepper Flow herauszubringen. Prien bekam das Eiserne Kreuz 1. Klasse und seine Besatzung wurde das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen. Dönitz wurde zum Kommandeur der U-Boot-Flotte. Wann immer Dönitz auf Filmaufnahmen zu sehen war, stach er aus der Menge heraus. Überlebende sprechen noch heute davon, dass er bestimmt einige Schwächen hatte, aber mangelndes Selbstbewusstsein gehörte nicht dazu. Dönitz war der Meinung, dass seine Präsenz die Moral der Truppe erhöhen würde. Seine Art, bei Paraden allen Soldaten der ersten Reihe die Hand zu schütteln und ihnen tief in die Augen zu sehen, wurde oft von Veteranen berichtet. Am Jahresende versenkten seine U-Boote 114 Schiffe. Das entsprach 421.000 Tonnen. Demgegenüber verlor er neun U-Boote. Drei vom Typ A, einen vom Typ 7A, einen Typ B und zwei Typ 2B sanken Ende Oktober. U35 und U36 wurden im November und Dezember verloren. Der Winter zur Jahreswende 1939-40 war extrem kalt. Das Meer um Wilhelmshaven und Kiel war total vereist. Eisbrecher mussten Fahrspuren für zurückkehrende U-Boote herstellen. Als U49 am 19. Dezember 1939 von den Faroeer Inseln zurückkamen, gab es kein operierendes Boot mehr im Atlantik. Das lag an dem Produktionsplan, welcher nur die seit September verlorenen U-Boote wiederhergestellt hatte, welches an einem chaotischen Werftsystem lag. Im April 1940 fand die Operation Weserübung statt. Dänemark kapitulierte innerhalb von 24 Stunden. Die Weiterfahrt nach Norwegen führte zu einer prompten Antwort der königlichen Marine. Teil des Planes war, alle verfügbaren U-Boote zum Schutz mitzuführen. Die Notwendigkeit, U-Boote zu rekrutieren, war durch die Tatsache gegeben, dass keine Aktivitäten im Atlantik stattfanden. Am Anfang waren sie nur als Begleitschutz mitgeführt und konzentrierten sich später auf das norwegische Gebiet und begannen mit Attacken gegen feindliche Kriegsschiffe und Transporte. Die Operationen in den Fjorden wurden später von den Deutschen selbst als Fehlschlag zugegeben. Fachleute gaben allerdings nicht den U-Boot-Kommandanten selbst die Schuld, sondern den Torpedos. Das spektakuläre Versagen führte zu einer Krise in der U-Boot-Flotte. Die Kommandanten berichteten von zu früh oder überhaupt nicht explodierenden Torpedos und erreichten so gut wie gar nichts. Die Tatsache, dass Torpedos, die mit Kontakten oder magnetischen Pistolen ausgestattet waren, nicht in nördlichen Gewässern funktionierten, hatte zur Konsequenz, dass die U-Boote ohne Waffen waren. Es vergingen Monate, bis diese Probleme gelöst waren. Als Deutschland im Mai und Juni 1940 die Benelux-Staaten besetzte und die anglo-französische Armee bezwang, wurde dies von den U-Boot-Kommandeuren aufmerksam verfolgt. Mit dem Fall von Paris und der Unterzeichnung der französischen Kapitulation am 21. Juni erkannten Dönitz und seine Kollegen, dass der maritime Krieg eine Veränderung erfahren hatte. Auf einen Schlag fand eine Revolution in der Strategie statt. Die Lage hatte sich komplett verändert. Durch den Zugriff auf die Küste Frankreichs hatte man quasi den kompletten Atlantik und die Nordsee als Basis und somit war man sehr nah an den Seewegen, von denen Britanniens Existenz abhing. In Erwartung der neuen Situation stand schon ein Zug beladen mit Personal und Torpedos zur Abfahrt bereit. Er sollte schon 24 Stunden nach der Kapitulation in der Gegend um die Bucht von Biscaya eintreffen. Obwohl den Deutschen der direkte Zugriff auf die französischen Schiffe durch den Kapitulationsvertrag untersagt war, hatte man trotzdem große strategische Vorteile errungen. Während sich der Führer in Berlin für seine Eroberung feiern ließ, schwor Dönitz seine Soldaten auf einen langen Krieg ein, da er nicht an eine frühe Kapitulation Englands glaubte. Am 7. Juli steuert Kapitänleutnant Fritz Lemp die U40 in den Hafen von Norion. Der Hafen im Süden der Bretagne war der erste, der von den Deutschen wieder in Betrieb genommen wurde. Von diesem Ort wurden mit die meisten U-Boot-Operationen im Atlantik gestartet. Kurze Zeit später erreichte die U9 eigentlich für die Türkei Gebäude. Er wurde von den Deutschen übernommen, den Hafen. Dönitz stand bereit, um beide Mannschaften zu begrüßen. Er war kurz davor, sein U-Boot-Hauptquartier von Wilhelmshaven nach Lorient zu verlegen. Er befand diesen Stützpunkt im Gegensatz zu vielen Deutschen als ideal. Zuerst wurden die Einrichtungen benutzt, um die U-Boote wieder zu bewaffnen. G7-Torpedos, die in Deutschland gebaut und anschließend per Zug nach Lorient transportiert wurden, wurden in die U-Boote geladen, die schon bald zu einer neuen Reise ausliefen. Der Nachteil dieses Hafens und der anderen, die später hinzukamen, war die Nähe zu England. Sie befanden sich in Reichweite der britischen RAF-Bomber. Es war Hitler, der die neuen U-Boot-Häfen 1940 mit permanenter Überwachung ausstatten ließ. Unter Wassersäulen. Dieser Begriff bekam 1943 sehr viel Bedeutung in der Biscaya. Mit diesen Betonsäulen wurden die Häfen in Frankreich vor dem Zugriff der Alliierten gesichert. Kurz nach seiner Ankunft mit U-40 wurde Lemp auf die U-110 versetzt. Es war ein U-Boot mit einer längeren Reichweite vom Typ 9b. Er wurde im Mai 1941 bei einem Einsatz auf dem Konvoi OB-318 von zwei britischen Zerstörern in den Azoren getötet. Die zweite Hälfte des Jahres 1940 war für die britische Marine mit vielen Verlusten behaftet. Aber für die Vernichtung von Schiffen waren nicht nur die U-Boote verantwortlich. Die Fokker-Wulf FW 200 Condor warf einen großen Schatten über die Schiffsrouten. Das Flugzeug wurde vor dem Krieg als Passagierflugzeug für die deutsche Lufthansa gebaut und wurde hernach zum Überwachungsflugzeug umgebaut. Obwohl sie nur eine relativ kleine Bombenladung transportierte, waren Reichweite und schwere Geschütze die entscheidenden Vorteile. Die Condor flog unter anderem zum Schutz von Handelsschiffen, welches eine leichte Aufgabe für diese viermotorigen Raubtiere war. Eine andere Aufgabe war die Koordination der U-Boote. Die Condor war in Bordeaux stationiert, von wo aus sie ab Juni 1940 eingesetzt wurde. Sie versenkte eine große Anzahl feindlicher Schiffe. Bei klarer Sicht konnte man vom Kommandoturm das Aufsteigen von Rauch aus einem Schiffsschornstein bis zu 80 Kilometer weit sehen. Aber es war oft bewölkt und die Sicht schlecht, daher konnten etliche Konvois auch unbemerkt passieren. Seit 1938 hatte Dönitz ein Flugzeug mit großer Reichweite zur Unterstützung der Marine gefordert, um seinen U-Booten als Aufklärer zu dienen. Aber Hermann Göring war damals absolut dagegen. Und selbst mit der Einführung der Condor war Dönitz nicht mit der Ausstattung zufrieden. Er bemängelte die schlechte Kommunikation und dass nur eine Condor pro Tag zur Verfügung stand. Als Hitler diese Missverständnisse auszuräumen versuchte, war Göring strikt dagegen. Er räumte der U-Boot-Flotte seit deren Gründung keine besondere Bedeutung zu. Aber dies sollte sich als großer Fehler herausstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist nicht überraschend, dass die Zeit zwischen Juni und Oktober 1940, in welcher die deutschen U-Boote eine Großzahl der englischen Handelsschiffe versenkten und eine Übermacht in der Nordsee darstellten, für die Briten immer mehr Anlass zur Besorgnis war. In der Befürchtung, dass die Deutschen den Ärmelkanal für eine Seeinvasion nutzen würden, änderten sie ihr militärisches Konzept, um der drohenden Katastrophe entgegenzutreten. Es wurden alle Kräfte mobilisiert, die zur Verfügung standen, um sich auf die Verteidigung des eigenen Landes zu konzentrieren. Das Versenken der Schiffe, egal ob alleine oder im Konvoi fahrend, nahm immer größere Ausmaße an, zumal in Frankreich immer mehr Häfen, wie Brest, Saint-Lausanne und Bordeaux, als U-Boot-Häfen umgebaut wurden, um immer mehr U-Booten den Weg zu den Schiffsrouten im Atlantik zu ermöglichen. Diese Maßnahmen und die allgemeine Lage des Kriegsverlaufs zu dieser Zeit bescherten der deutschen U-Boot-Flotte eine gute Zeit. Dem Verlust von sechs U-Booten stand eine Zahl von 275 versenkten Schiffen gegenüber. Der schlimmste Monat für die Briten war der Juli. Es wurden neben 58 Schiffen, die von deutschen U-Booten versenkt wurden, auch noch 22 von der Luftwaffe versenkt. Eine unglaubliche Summe von 479.000 Tonnen. In der Nacht zum 21. September hatten die U-Booten mit der Bezeichnung 99, 65, 48, 46 und 43 mit dieser Methode den Konvoi HX-72 angegriffen und versenkten erfolgreich elf Schiffe. Am 19. Oktober wurde auf die gleiche Weise der Konvoi HX-79 attackiert und zwölf Schiffe versanken. Ein britischer Kapitän berichtete, dass die U-Boote aufgrund ihrer Bauweise kaum zu orten sind und wenn doch, verschwinden sie aufgrund ihrer Wendigkeit schnell unter den Wellen oder fahren Ausweichmanöver. Es ist fast aussichtslos, sie anzugreifen und wir sind ihnen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Für Dönitz waren diese Ergebnisse die Bestätigung seiner langjährigen taktischen Forschungen. Hier läuft die U-99 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Kretschmar im Hafen von Lorient ein. Mit einer Quote von 314.000 Tonnen versenkten Material ist er einer der erfolgreichsten Kapitäne dieser Ära und wurde als U-Boot-Ass gefeiert. Er übernahm im April das Kommando über die U-99, nachdem er neun Fahrten mit der U-23 absolviert hatte. Das war der Anlass für Präsident Roosevelt, im März 1941 das Leih- und Pachtgesetz durchzusetzen, den sogenannten Land Lease Act. Dieses Gesetz ermöglichte es der Regierung der Vereinigten Staaten, Kriegsgeräte an diejenigen Staaten zu verleihen, welche der USA nach Ansicht des Präsidenten lebenswichtig erschienen. Bis zum Kriegsende nahm das Vereinigte Königreich Lieferungen aus den USA in Höhe von 30 Milliarden Dollar entgegen. Roosevelt setzte diese Lieferungen gegen den Willen des amerikanischen Kongresses durch. Er lieferte unter anderem 50 Kriegsschiffe, die noch aus dem Ersten Weltkrieg stammten und den britischen Soldaten einiges an Modernisierung und Wartung abverlangten. Alles in allem waren jedoch die Lieferungen eine willkommene Hilfe, um eine Lücke zu schließen, welche ohne diese Unterstützung womöglich eine Katastrophe für England heraufbeschworen hätte. Das Sunderland Flugboot war zusammen mit dem Hudson Patrol Bomber das einzige wirklich moderne Flugzeug der britischen Luftfahrt im Jahre 1939 und war erst im Jahre 1940 in größeren Stückzahlen verfügbar. Mit einer maximalen Reichweite von 4.600 Kilometern war die Sunderland die einzige Maschine, die weit bis über die Konvoirouten hinaus fliegen konnte. Sie war eine wesentliche Waffe im Kampf gegen die U-Boote. Im Jahre 1941 erschienen 30 Exemplare des US-Flugbootes Catalina mit der Bezeichnung PBY-5. Obwohl es langsamer war als die Sunderland, konnte es noch weitere Strecken zurücklegen. Das Flugboot konnte Konvois über längere Strecken begleiten und mit Wasserbomben bestückt, konnte es auch gegen U-Boote eingesetzt werden. Als die Briten im Mai 1941 das sinkende U-Boot U-110 von Kapitänleutnant Lemp in die Hände fiel, konnten sie eine unbeschädigte Kodiermaschine Enigma erbeuten. Sie wurde zu einer Spezialeinheit geschickt und Ende Mai war die Verschlüsselung geknackt. So wurden ab diesem Zeitpunkt deutsche Befehle abgehört und die Schiffe auf andere Routen verlegt, um Kontakte mit U-Booten zu vermeiden. Eine radikale Fortentwicklung in anderen Gebieten der Verteidigung brachte noch mehr wirksame Mittel gegen die Bedrohung durch U-Boote hervor. Neben neu entwickelten Wasserbomben war auch ein Oberflächenradar daran beteiligt, dass die Angriffe der deutschen U-Boote zunehmend seltener wurden. Am 6. Mai attackierte Prien den Konvoi OB-293. U-93 versuchte hartnäckig sein Ziel zu erreichen, wurde aber von einer Wasserbombe getroffen und ist nie wieder aufgetaucht. Prien kam dabei um. Eine Woche später wurde Kretschmar gefangen genommen, nachdem U-99 an die Oberfläche gezwungen wurde, während er den Konvoi HX-112 anzugreifen versuchte. Er und die Besatzung mussten das U-Boot verlassen und er verbrachte den Rest des Krieges als Gefangener in Kanada. Dieser Nachrichten-Kameramann war Teil der Besatzung des U-46, welches im Atlantik in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1941 operierte. Er gibt uns einen interessanten Einblick in das Leben auf einem U-Boot. Als Teil der 7. U-Boot-Flotille war U-46 in Frankreich unter dem Kommando von Engelbert Endras, einem bekannten U-Boot-Ass, unterwegs. Zu dieser Zeit war es noch möglich, die Bucht von Viscaya ohne die Gefahr eines britischen Luftangriffes zu befahren. Jedoch waren in den Jahren 1942 und 1943 die Chancen, so offen in See zu stechen, ohne einer Sunderland zu begegnen, extrem selten. Dass sich zwei U-Boote, eines beim Auslaufen und eines bei der Rückkehr in den Hafen begegneten, sollte sich in Zukunft noch oft wiederholen. Man kann auf dem Turm des U-46 klar das Bull-Terrier-Emblem sehen, welches Endras von Prinz U-47 adaptiert hatte. Als man Rauch mit den Ferngläsern erspäht hatte, gab es den sofortigen Befehl zu einem schnellen Tauchgang. Die Besatzung stürzte in das Innere des U-Bootes, gefolgt von Endras persönlich. Sobald das U-Boot zu sinken beginnt, startet die Besatzung die zwei Elektromotoren, während die beiden Propellermotoren, welche das Boot über Wasser antreiben, ausgeschaltet werden. Die großen Akkus, welche den Elektromotoren die Kraft zum Antrieb verleihen, verhelfen dem Boot zu einer maximalen Geschwindigkeit von sieben Knoten. Diese geringe Geschwindigkeit machte den Angriff auf Geleitschiffe schwierig, weil diese oft schneller waren. Man verlegte daher die Operationen in die Nacht, damit die U-Booten sich unerkannt über Wasser mit bis zu 17 Knoten mittels des herkömmlichen Antriebs nähern konnten. Diese langsame Unterwassergeschwindigkeit war auch dafür verantwortlich, dass ab 1941 Begleitschiffe, die schneller und beweglicher waren als die U-Boote, diese vermehrt versenken konnten. Während U-46 knapp unter der Oberfläche fuhr, sendet Endras die Periskopstrahlen aus, um den Standort des feindlichen Schiffes zu bestimmen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Schiff ohne Geleitschutz fährt, ordnet Endras den Abschuss dieses Frachters mit dem Außengeschütz an. Die Munition wurde aus einem wassergeschützten Behälter auf dem Vorderdeck entnommen. Normalerweise wird das Geschütz erst nach einem Torpedoangriff benutzt, aber da Torpedos sehr teuer waren und das U-Boot nach dem Abfeuern der Vorräte zurück zum Hafen musste, wird nach Möglichkeit das Geschütz verwendet. Dieses Frachtschiff ist bewaffnet und beginnt zurückzuschießen. Doch das Feuer ist nicht der Rede wert und die Geschosse aus dem 88-mm-Geschütz des U-Bootes auf die Wasserlinie des Frachters besiegeln sein Schicksal und es beginnt zu sinken. Die beiden Sechszylinder-Dieselmotoren mit je 1400 PS bezogen ihr Viertaktöl aus den externen Tanks, welche dem Typ 7 sein typisches gewölbtes Aussehen gaben. Während Endras die Entfernung zum nächsten Ziel vermisst, welche kodiert ankamen und auf dem verkapselten Enigma dekodiert wurden, läuten die Alarmglocken und alle Aktivitäten werden eingestellt. Die gesamte Besatzung wird zum Einsatz gerufen und die Elektromotoren werden angeworfen und U-46 taucht ab. Das Runterseeboot begibt sich nun zu den Koordinaten, wo ein Konvoi gesichtet wurde. Endras observiert den Horizont und erblickt den Konvoi in Reichweite. Ein Ziel wird ausgewählt. Der Torpedo ist geladen, der Feuerbefehl ist gegeben und der erste ist auf dem Weg. Ein Jubelschrei ertönt, als der Treffer registriert wird. Die Detonation ist unter Wasser deutlich zu hören und schon kurze Zeit später geht die Fahrt für Endras und seine Besatzung weiter. Endras war ein Ass unter den U-Boot-Kommandanten und seine Quote lag bei 142.000 Tonnen versenktem Schiffsmaterial. Er war ein früher Anwärter für das Eiserne Kreuz und bekam die Auszeichnung im September 1940. In diesem Fall ist das U-Boot entdeckt worden und es wird schnell abgetaucht. Man erwartet jeden Moment die Detonation der Wasserbombe. In 150 Metern Tiefe lastet ein enormer Druck auf dem Material und eine Überforderung des Drucksystems kann zum Eintritt von Wasser führen. Die Detonation schüttelt das U-Boot durch und die Besatzung schaut besorgt auf den Tiefenmesser. Nach einer weiteren Detonation beginnt das Licht zu flackern. Als es wieder hell wird, muss man sich um das eintretende Wasser im Kommandobereich kümmern. Der Wassereintritt ist gestoppt und das U-Boot begibt sich langsam wieder auf Periskoptiefe. Die Präsenz britischer Bomber zwingen die deutschen U-Boote meist zu extrem langen Tauchgängen. Endras befiehlt hier das Auftauchen an die Oberfläche. Mit dem Eintritt der Dunkelheit und dem Umschwung des Wetters war die Besatzung gezwungen, wasserdichte Kleidung zu tragen, wenn sie auf dem Beobachtungsposten standen. Die Wetterverhältnisse im Atlantik waren oftmals sehr schlecht und somit auch die Sichtverhältnisse. Feindliche Schiffe zu orten feindliche Schiffe zu orten war unter diesen Umständen sehr schwierig. Der Beobachtungsturm der U-Boote war nicht sehr hoch und machte der Besatzung die Aufgabe nicht leicht. Im Inneren nutzten einige derweil die Möglichkeit, zu einem kurzen Schlaf, obgleich aufgrund der geringen Größe eines U-Bootes die Schlafmöglichkeiten oft primitiv waren. Oft war daher der heiße Bettentausch an der Tagesordnung. Ein Soldat legte sich in das Bett, aus welchem ein anderer Soldat gerade zum Dienst aufgestanden war. Sogar die Schlafmöglichkeiten für die Offiziere waren nicht wesentlich besser. Für die Torpedobesatzung war die Wartung und Instandhaltung der Torpedos eine sehr wichtige Aufgabe. Die Torpedos wurden hierzu alle vier bis fünf Tage zwecks der Wartungsarbeiten aus ihren Röhren geholt. Der Kapitän selbst wurde hier aus dem Bett geholt, um einen Besatzungsmitglied zu versorgen, welches sich dem Arm verletzt hatte. Obwohl das Leben aus so engem Raum nicht ohne Probleme ablief, waren Verletzungen wie diese nicht an der Tagesordnung. Auf der Brücke wird der Horizont abgelehnt. Während das U-Boot durch die schwere Atlantische See sticht. Plötzlich entdeckt man Rauch am Horizont. Nach einer kurzen Diskussion der Besatzung wird Alarm ausgelöst. Die Glocke erklingt auf dem gesamten Schiff und die Besatzung bereitet sich auf den Tauchgang vor. Die Männer, die eben noch auf ihren Pritschen gelegen haben, begeben sich in Windeseile zu ihren Positionen. Lilly Marleen ist vergessen, als die gut ausgebildeten und pflichtbewussten Männer mit ihren Aufgaben beginnen. Die gesamte Prozedur wird wiederholt. 1941 auf einer späteren Fahrt übernahm Endras das Kommando über U-567, ein Typ 7C, mit welchem er in eine Schlacht mit Begleitschiffen des Konvois HG76 eine Woche vor Weihnachten verwickelt war. Fünf Tage lang attackierten Endras und seine Gruppe anderer U-Boote den Konvoi. Sie wurden hierbei von der Condor unterstützt. In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember nach dreistündiger Jagd wurde die U-567 getroffen und versank im Atlantik. Endras und seine gesamte Besatzung waren verloren. Dönitz sagte, dass er einer der besten und erfahrensten U-Boot-Kommandeure war. Im September 1939 stellte Dönitz bereits einen Antrag an Hitler mit der Bitte um die Beschaffung von 300 U-Booten. Dieses Ansinnen stieß damals allerdings auf taube Ohren. Erst Mitte 1941, als die Erfolge der U-Boot-Flotte bekannt wurden, wurden die Boote massenhaft vom Stapel gelassen. Im Mai 1941 stieg die Anzahl der U-Booten von bislang 49 auf 129 und bis Dezember schließlich auf 236. Jedoch stieg die Zahl der operativen Boote nicht vor dem Februar 1941, weil eine hohe Anzahl von Soldaten im baltischen Meer für die neuen Aufgaben entsprechend ausgebildet werden mussten. Dönitz konnte Hitler nicht dazu überreden, die Mittel für den U-Boot-Bau weiter aufzustocken, da Hitler inzwischen die Operation Barbarossa begonnen hatte. Wenn sich die Eroberung Russlands in die Länge ziehen würde, musste man sich im Klaren sein, dass man mit immer weniger Mitteln einen immer sich weiter ausbreitenden Krieg führen musste. Dönitz versuchte vergeblich durch Admiral Raeder Hitler davon zu überzeugen, dass U-Boote auch in den Mittelmeerraum zu verlegen seien. Erst am 26. August erhielt Dönitz den Befehl, sechs U-Boote aus dem Atlantik in das Geschehen im Mittelmeer zu beordern, um dem Bündnispartner Italien zu Hilfe zu kommen. Man wollte die Front in Nordafrika unterstützen. Dönitz war enttäuscht darüber, dass man ihm U-Boote abzog, ohne adäquaten Ersatz zu beschaffen. Er war der Meinung, dass in seiner Atlantikflotte die Anzahl der U-Boote erhalten bleibt oder sogar aufgestockt würde. Er war nicht begeistert davon, mit einer minimierten Flotte gegen den immer stärker werdenden Feind anzutreten. Hitler war sich in der Beurteilung seines italienischen Partners nicht ganz sicher. Die Briten begannen im Mittelmeer immer mehr Erfolge zu erringen. Anders als in diesem italienischen Propagandafilm kam es immer häufiger zu britischen Teilerfolgen, seit Italien dem Krieg im Mai 1940 beitrat. Hitler wollte der Präsenz der königlichen Marine etwas entgegensetzen und verlegte daher weitere Teile der Marine in die Region. Das erste U-Boot erreichte die Region im September und wurde an der Nordwestküste Italiens stationiert. Anstatt unter italienischem Befehl agierte es unabhängig unter deutscher Kontrolle. Es unterstützte die relativ große, aber weitgehend uneffektive italienische U-Boot-Flotte. Ein wichtiges Ereignis, um das Ansehen zu verbessern, war die Vernichtung des britischen Flugzeugträgers Ark Royal. Er wurde von den U-Booten U-81 und U-205 am 30. November getroffen. Aufgrund der starken Beschädigungen sank das Schiff wenig später und die Briten hatten damit keinen Flugzeugträger mehr für Operationen im Mittelmeerraum. U-81 war stark beschädigt, konnte aber erfolgreich fliehen. Es war Kapitänleutnant Friedrich Guggenberger, der bei seiner Rückkehr nach La Spezia von der italienischen und deutschen Presse erwartet wurde und das Eiserne Kreuz verliehen bekam. Bei dieser Zeremonie war ebenfalls Kapitänleutnant Hans-Dietrich von Thiesenhausen anwesend. Er war der Kommandeur von U-331. Er hat im Atlantik sehr viel Erfahrung gesammelt, bevor er in den Mittelmeerraum verlegt wurde. Es war am 25. November, als Thiesenhausen an der Küste eine große Formation englischer Kriegsschiffe entdeckte, darunter drei Schlachtschiffe und acht Zerstörer. Er feuerte vier Torpedos auf das Schlachtschiff HMS Barham. Es gibt diese spektakulären Aufnahmen der Barham, die sich erst auf die Seite neigt, dann explodiert und 860-Mann-Besatzung mit in die Tiefe nimmt. Thiesenhausen bekam am 27. Januar 1942 das Eiserne Kreuz für diese Operation. Ein deutsches U-Boot auf seiner letzten Reise. Die Besatzung bestand aus fünf deutschen Offizieren, 55 Matrosen und zwölf Passagieren, die ihr Leben in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges riskierten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Chancen für den Erfolg der Operationen standen bei 50 zu 50. Deutschland Anfang 1945, das Ende ist nah. Amerikanische Truppen stoßen immer weiter nach Deutschland vor. Hitlers Armee steht vor dem Zusammenbruch, die Alliierten gewinnen den Krieg. Bomben gehen auf Deutschland nieder. Die Alliierten zerstören große Gebiete des Landes. Obgleich auch hier viele Beschädigungen stattfanden, waren Teile des Hafens von Kiel noch einsatzfähig. Der U-Boot-Hafen, in welchem ein U-Boot für einen geheimen Einsatz vorbereitet wurde, und die Bezeichnung des U-Bootes war U-234. Dieses Unterseeboot sollte eine streng geheime Mission erfüllen und die Besatzung wurde auf eine lange Reise eingeschworen. U-234 war ein modifizierter Minenleger, der letzte dieser Größenordnung. Zur Überraschung aller Beteiligten wurde es nicht zur Verteidigung Deutschlands, sondern als Transport-U-Boot eingesetzt. Kapitänsleutnant Heinrich Fehler. Er war kein erfahrener U-Boot-Fahrer, dies sollte seine erste Kriegsmission sein, aber nach all den Verlusten war er der beste Mann, den man für diese Mission verpflichten konnte. Vor der Abreise gab es ein großes Fest mit reichlich Speisen und Getränken, bei dem alle auf die Notwendigkeit dieser Reise eingeschworen wurden. Leutnant Karl-Ernst Pfaff war einer der wenigen an Bord von U-234, der das Ziel der geheimen Reise kannte. Pfaff organisierte die Belagerung des U-Bootes. Er sorgte dafür, dass jeder freie Zentimeter des Lagerraums genutzt wurde. Einige Frachtstücke waren in versiegelten Containern angeliefert worden. Diese wurden in einem besonderen Frachtraum tief im Bauch des Bootes deponiert. Niemand ahnt, was sich in ihnen befindet. Im Jahre 1945 hatte Deutschland 17% seiner U-Boote verloren. Drei von vier Besatzungsmitgliedern waren tot. Kapitänsleutnant Fehler wusste, dass die Überlebenschancen gering waren. Am 25. März 1945. U-234 verlässt Kiel und taucht in von Alliierten kontrolliertes Wasser ein. Von nun an sind Fehler und seine Besatzung ihrem Schicksal ausgeliefert. Die Alliierten hatten schon vor einiger Zeit die deutsche Enigma-Verschlüsselung geknackt und somit wusste man, auf Kommunikation weitgehend verzichten. Das U-Boot muss tagelang unter Wasser bleiben, um seine Entdeckung zu verhindern. An Bord wird es kalt und die Luft wird schal. Und es sind mehr Personen an Bord als normalerweise üblich. Die Besatzung teilt ihre engen Unterkünfte mit einigen sehr hochrangigen Passagieren. Luftwaffengeneral Ulrich Kessler. Kessler war ein Luftabwehrspezialist. Ebenfalls an Bord von U-234. Kesslers Adjudant Erich Menzel, ein Radarspezialist. Als nächster ein junger Marinoffizier. Heinz Schlicke, ein Elektronikspezialist. Vollgepackt mit hochspezialisierten Menschen und hochsensiblem Kriegsmaterial. fährt U-234 weiter auf seiner geheimnisvollen Reise. Nur zwei Passagiere dieser Mission wissen, wie gefährlich diese Reise wirklich ist. Kapitänsleutnant Shinjiro Tomogana und Leutnant Genso Shoi, hochrangige Offiziere der japanischen Armee. Die deutsche Besatzung wusste nicht, warum diese beiden japanischen Offiziere an Bord waren. Auch die Familien der beiden wussten nicht genau, wie es ihren Söhnen in der Fremde erging. Sie wussten nur, dass sie in Deutschland eine militärische Ausbildung bekamen. Tomonaga und Shoi hatten viereinhalb Jahre in Deutschland verbracht. Sie studierten Waffensysteme und taktische Kriegsführung von den deutschen Verbündeten. Nun sollten sie ihre Heimat im Kampf um das Überleben unterstützen. Vor der Abfahrt aus dem Hafen aus Kiel vollzogen die beiden Japaner noch eine Zeremonie nach Art der Samurai. Die Japaner waren von deutschen Wissenschaftlern eingewiesen worden und sollten die entsprechenden Geräte, Materialien und Geheiminformationen nach Japan überführen. Und was waren das für Dinge, die U234 nach Japan überführen sollte? Berlin. Das Kaiser-Wilhelm-Institut. Hier hat alles begonnen. Deutschland ist der Geburtsort der nuklearen Wissenschaften. Im Jahre 1938 wurde die nukleare Kernspaltung von Otto Hahn entdeckt und mit dem herannahenden Krieg will Deutschland eine Atombombe. Sie beauftragen diesen Mann, sie zu bauen, Werner Heisenberg. Wenn ein Krieg ausbrechen würde, hätte ein solches Projekt eine Schlüsselrolle. Heisenberg ist brillant, ein Physiker auf dem Zenit seiner Karriere, als der Krieg ausbrach. Die Suche nach einer Waffe, die den Ausgang eines Krieges entscheiden konnte, war auch in Japan in Planung. Der Kaiser brauchte ein Wunder, um die amerikanischen Bombenteppiche zu stoppen. Und Tomonaga bringt nicht nur das nach Japan. Er hat das Material bei sich, das diese Waffe möglich machen kann. Japan. Kaiserreich der aufgehenden Sonne. Aber im Jahre 1945 ist die Sonne von dunklen Wolken verdeckt. Die Amerikaner bedrohen das Landesinnere und dieser Mann hat die Aufgabe, sie zu stoppen. Noshio Nishina. Tokio. In diesem Gebäude versuchen Nishina und seine Leute, das zu erreichen, was Heisenberg vergeblich in Berlin versuchte, eine nukleare Bombe zu bauen. Aber es gibt ein Problem, dessen Lösung noch lange auf sich warten lassen sollte. Juli 1943. Der japanische Botschafter in Berlin bekommt ein geheimes Telegramm. Tokio bedrängt ihn, den Export von Uran aus den Minen von Joachimsthal zu organisieren, einer der wenigen Orte in Europa, die diese Substanz zutage fördern konnte. Immer und immer wieder bitten die Japaner Berlin um Hilfe. Sie brauchen dringend das deutsche Uran. Der japanische Botschafter Hiroshi Oshima bittet um ein persönliches Gespräch mit der Regierung. Der Diktator erklärt sich einverstanden. Japan soll deutsche Hilfe bekommen. Hitler befiehlt, dass den Japanern jegliche Unterstützung in waffentechnischer und wissenschaftlicher Hinsicht gewährt werden soll. Ein japanisches Unterseeboot legt an. Nach einer Fahrt von 30.000 Meilen durch feindliche Gewässer ist es eines der wenigen, dem dieses gelingt. Aber zu dieser Zeit war es der einzige Weg, die deutsch-japanische Zusammenarbeit am Leben zu erhalten. Es waren zuvor schon zwei U-Boote mit Uran an Bord in Richtung Japan gesandt worden, doch keines von ihnen kam an. Aber ein deutsches Unterseeboot mit Uran an Bord ist immer noch auf seinem Weg. U-234 kommt immer wieder unter Beschuss. Die Alliiertenverbände scheinen genau zu wissen, wo sie nach dem deutschen U-Boot suchen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Jagd auf U-234 wird unerbittlich fortgesetzt. Um den Angriffen zu entkommen, taucht das Boot tiefer und tiefer, teilweise bis zu 260 Meter. Nach mehr als zwei Wochen eine Chance. Ein heftiger Sturm fegt über dem Atlantik. Die einzige Gelegenheit für Kapitänleutnant Fehler, aufzutauchen, ohne von feindlichen Flugzeugen oder Schiffen entdeckt zu werden. Inmitten der Elemente schien der Krieg für einen Moment sehr weit entfernt zu sein. Berlin am gleichen Tag. Ein Orgie des Tötens und des Zerstörens überzieht Hitlers Deutschland in seinen letzten Tagen. 2. Mai 1945 Die Generäle, die mit Hitler bis zum Ende zusammen waren, verlassen den Bunker. Das Kanzleramt. Von hier aus dirigierte der Diktator den Krieg. Und schließlich kehrt der Krieg, den er in die Welt trug und wieder zu ihm zurück. Zwölf Jahre Nazidiktatur sind vorbei und Hitler ist tot. Hitlers Nachfolger, Admiral Karl Dönitz. Nachdem Deutschland den Krieg verloren hatte, war seine wichtigste Aufgabe, den bewaffneten Einheiten die Kapitulation zu befehlen. In seinem provisorischen Hauptquartier in Norddeutschland nahm er eine kurze Radionachricht für die Unterseeboote auf, die noch immer unterwegs waren. Meine U-Boot-Männer, sechs Jahre Krieg liegen hinter uns. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Ein Feind mit einer großen materiellen Überlegenheit hat uns in die Enge getrieben und ein Fortführen der Kampfhandlungen unmöglich gemacht. U-Boot-Männer, legt eure Waffen nieder. Es lebe Deutschland. Aber ein Unterseeboot kapitulierte nicht. Siegesfeiern in London. England hat fünf Jahre lang widerstanden. Das gleiche Bild in Paris. Die Menschen in Europa sind vom Krieg befreit. Aber für U-234 ist der Krieg noch nicht vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Unterseeboot bahnt sich langsam seinen Weg durch den Atlantik. Die Atmosphäre an Bord ist gereizt. Kapitänleutnant Fehler weiß, dass Japan nicht zu erreichen ist. Sollen sie kapitulieren? Und wenn ja, wo? Kapitän Fehler muss eine Entscheidung treffen. Er ruft seine Mannschaft zu einer Besprechung zusammen und will hören, wie seine Männer die Lage beurteilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gab in der Tat nur wenige Möglichkeiten. Fehler musste kapitulieren oder er würde behandelt wie ein Pirat. Das hieß, er müsste sich den Alliierten stellen und das bald. Eine fatale Entscheidung für die beiden japanischen Offiziere. Sie sind noch im Kriegszustand mit Amerika. Für einen japanischen Soldaten war die Gefangennahme durch den Kriegsgegner die größte Schande. Für die beiden Passagiere auf U-234 gab es daher nur einen Ausweg. Schlaftabletten. 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 Die deutsche Betreuung machte sich Sorgen. Die beiden Japaner waren nach dem Wecken stundenlang nicht gesehen worden. Man fand sie in ihren Betten, bewegungslos. Auf dem Tisch vor ihren Betten ein leeres Wasserglas, private Fotos und ein Brief. Selbstmord ist besser als Kapitulation. Das gebietet die Lehre des Samurai. Diese Tradition war über Jahrhunderte in Japan verankert. Aufzugeben ist eine größere Schande für einen Samurai. Die letzten Worte der toten Männer, Tomul Naga und Shui, haben ihre Mission beendet. Am 14. Mai ist die Operation vorbei. Kapitän Fehler lässt das Unterseeboot auftauchen. Alliierte Schiffe empfangen ein Funksignal. Ein deutsches Unterseeboot gibt seine Position bekannt. U234 ist bereit zu kapitulieren. Als die Amerikaner herausfanden, welches U-Boot kapitulierte, hatten sie keine Zeit zu verlieren. Und tatsächlich, am 14. Mai erschien U234 auf amerikanischen Radarschirmen. Das Unterseeboot bewegt sich mit acht Knoten in südwestliche Richtung und macht keine Anstalten zu flüchten. 500 Kilometer vor Neufundland erreichte die USS Sutton das Boot. Der erste Satz, den die deutsche Besatzung zu hören bekam, war, sie sind ab sofort Gefangene der Vereinigten Staaten. Die Besatzung und die Passagiere von U234 wussten nicht, was sie von den Amerikanern zu erwarten hatten. Nach diesem langen, grausamen Krieg rechneten sie mit blankem Hass. Aber die Amerikaner behandelten sie mit Respekt. Der erste Satz, den die deutsche Besatzung zu hören, war, sie war, sie war, sie war, sie war, sie war. Das letzte deutsche Unterseeboot fährt in einen amerikanischen Hafen. Das letzte Antreten der Mannschaft an Deck von U234. Was wird mit den Soldaten geschehen? Was ist mit ihren Familien zu Hause in Deutschland? Gibt es eine Zukunft? Zwei andere U-Boote hatten zuvor schon in Portsmouth kapituliert. Aber dieses Mal ist alles anders. Es herrscht der Ausnahmezustand. Die Offiziere untersagten jegliche Gespräche mit den Besatzungsmitgliedern von U234. Zuwiderhandelnde Personen wurden sofort erschossen. Kapitän Fehler vollzieht seine finale Mission. Fast 60 Tage verbrachte er in einem von Feinden übersähten Ozean, ohne ein einziges Besatzungsmitglied zu verlieren. Fehler ist der letzte Offizier, der das Boot verlässt. Die Passagiere folgen. Für die Reporter scheint dieser Mann der größte Fang zu sein. Ein hochrangiger Nazi-General in Springerstiefeln und Ledermantel, Ulrich Kessler. Aber dieser Gefangene sollte noch wichtiger für die Amerikaner sein. Leutnant Karl Ernst Pfaff. Das Gefängnis, ein dunkler, unheimlicher Ort. Jetzt beginnen die Verhöre. Die Amerikaner suchen nach dem Mann, der ihnen etwas über die Ladung erzählen kann. Während die Verhöre der Mannschaft stattfinden, beginnen die Amerikaner damit, das Unterseeboot zu entladen. Uran an Bord eines deutschen U-Bootes. Diese Meldung verbreitete sich wie ein Feuer in den amerikanischen Sicherheitsbehörden. Plötzlich sind mehr und mehr Leute an der U-234 interessiert. Die vielen Fragen, die aufkommen, kann nur ein einziger Mann beantworten. Leutnant Karl Ernst Pfaff. Robert Oppenheimer, der Vater der amerikanischen Atombombe. Ein geheimer Militärstützpunkt in der Wüste von Neu-Mexiko. Hier arbeiten tausende Amerikaner, um die ultimative Kriegswaffe zu bauen. Eine, die jeglichen Krieg beenden sollte. Sie kommen aus aller Welt. Brillante Physiker. Einige von ihnen sind Juden aus Deutschland. Alle haben das Ziel, den Wahnsinn zu beenden. Unter ihnen Hans Beek. Erste Tests in der Wüste. Doch der Erfolg ließ auf sich warten. Wo ist die kritische Masse? Diese Frage kann man zunächst nicht beantworten. Nicht in Berlin, nicht in Tokio und nicht in der Wüste von Neu-Mexiko. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und das ist der Mann, der die Substanzen lieferte, die von den Wissenschaftlern so dringend gebraucht werden. Major John Lansdale. Lansdales Mission hatte sich geändert, nachdem die amerikanischen Truppen eine europäische Stadt nach der anderen befreiten. Lansdale kämmt jeden Winkel, den die Deutschen zurücklassen, nach Uran durch. Dann erreicht ihn die Nachricht von dem deutschen Unterseeboot. Musik 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 Ockridge, Tennessee. Hier wird Uran aufbereitet und angereichert. Das deutsche Uran wird hier angeliefert. In der Institution, die Amerikas Atombombe herstellen soll. U-234 kam Mitte Mai in Amerika an. Haben die Amerikaner das deutsche Uran in ihre Atombombe verwendet? Musik 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 6. August 1945, der Tag, der den Krieg beenden wird. Die Besatzung der Enola Gay bekommt ihre Anweisung, das Ziel ist Hiroshima. Damit ist der Zweite Weltkrieg endgültig beendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020